Was hat uns ganz viel Spaß gemacht? Wir haben unheimlich viel Neues gelernt, vor allen Dingen eben mit dem Umgang mit so einem sozialen Netzwerk und eben auch das Erstungewöhnliche daran, dass das eine Bücherei macht. Also ich finde, das passt perfekt zusammen, das lässt sich wunderbar harmonieren. Man kann alles, was man erstens in der Bücherei erlebt oder auch außerhalb dort erzählen und posten. Und es gibt viele Interessierte, die mit uns jetzt verbunden sind. Und was ich ganz besonders toll finde, ist eben, dass man alle anderen Bibliotheken im Umkreis und Interessierte eben ein bisschen näher kennenlernt und ja, quasi mit denen jetzt ein bisschen verwandelt ist. Ja, also ich finde, es passt wunderbar zusammen.